Start, Start, Start Und Hello Nix Go, das hauen wir rein Und das sieht auch gut aus So, wir haben bestimmt schon wieder Bugs Gut, dass es den Button jetzt gibt, ohne Scheiß Okay, 12, 2 12, 3 12, 4 12, 5 Gut, und wir haben natürlich jetzt noch Barker Ads Und das nächste wird Traditional Media Gut, das kann weg Traditional Media rin Und up geht's So, dass wir mehr Leute hier abwerben können Irgendwo fix the Bugs Und buy the gates Momentan sehr einfach Erst hab ich mir gedacht, außerdem hatte ich Internetprobleme Nix, deswegen Wurde es etwas später, wa? Leila, hello Goody Ja Endlich Fucking finally Kommt der noch dazu Und wird direkt erforscht Erforged Gut Kann ich hier mit Security rüberpimmeln? Das wäre natürlich optimal Add to Sprint Yes, yes, ja Und danach können wir das machen Gut Warte mal, waren da noch Bugs? Market Research Report Ja, und natürlich Bugs Weiter geht's 12.000 13.000 Benutzer Great Fertig Auch great Fix all the Bugs Und Das haben wir auch noch dazu Das ist ein Wanted Feature Und Diffused Security I don't care 13.155 13.2 Awesome Läuft 13.3 Was geht ab? Ah, Newspapers Okay 3.000 im Monat Und Radio Ads Kommt direkt danach Bam Das läuft doch noch, oder? Ja, klar Was? Cloud Infrastructure Wars Infrastructure Cost minus 20% It's good Obwohl wir keine neue Infrastruktur brauchen Aber yeah Whatever Keine Bugs Great I like that Das ist fertig eigentlich Ja, well, Details Und wir upgraden direkt Start all of Ditched Start, start Und ab dafür 13.6 13.7 Okay 13.8 Gut Und fix all the Bugs Dann sind die Upgrades Offensichtlich durch Außer die zwei Die hauen wir jetzt auch noch hinterher Und Fix the Bugs Habe ich schon gemacht Sehr geil Was geht noch ab? Sell the Company Ich habe keine Ahnung Wie ich das machen soll Sell the Mofo Company 13.9 Boom 14 Alles klar Upgrades durch Das Investor Capital steigt gerade Garbage Hero AR goes viral Well, well, well Was? Investor Capital Achso, das hat damit was zu tun Na gut Alright Dann fix all the Bugs Und können wir schon anlocken Ne, noch nicht Traditional Media Und Events Events müssen wir auch noch klar machen Damit wir da auch mehr Geld raushauen können 14.1 Bugs 65 Da, users DZN 2 DZN 3 J, guten DZN 4 Alrighty then Jetzt haben wir schon wieder Bugs Okay Achso, hier Security Nicht zu vergessen Good old mofo security There she goes Alles klar Das reicht Ette Sprint Und ab dafür Nicht, dass es uns wieder wegzieht 14.6 14.7 Navidad nix Denix Deweyte Und Nagito Auch in der Haus Alright Bugs fixen Und weiter geht's Kann man eigentlich schon ein geileres Logo raushauen Das wage ich zu bezweifeln Ich glaube wir sind schon komplett auf Maximum Ja, da 9% Visitors 14.7 14.8 Keine Bugs Kann ja mal gar nicht sein, dass da Bim DZN 9 15.000 Benutzer Sonstige Ansagen hier 2 Bugs Okay Okay Done Infrastructure Passt Noch Das passt 15.1 15.2 15.3 Alright Irgendwie läuft das Oh 5 Bugs Holy shit Damn Und Level 7 Traditional Media Da hauen wir doch gleich mal raus Unlocked Und 3000 Alles klar Good Jetzt können wir als nächstes Events glaube ich klar machen Ist es das Ja Okay Mache Ist ja sowieso kurz vor Level 7 Was geht hier Diffuse Security Tag I don't care Denn 10 Millionen auf dem Konto Das läuft 15.600 Benutzer 15.700 Benutzer 15.8 Was geht ab Aha Unlock Competitions Und There we go Diversifier Ich habe alles Freigeschaltet Okay Not bad Fix all the Bugs Und das kann weg Okay Sweet Das kann darüber Beziehungsweise Fix all the Bugs Und Weiter geht's 15.8 15.9 16.000 Benutzer Gut Trotzdem kann ich die Company to Investor Immer noch nicht zählen Oder geht das An die Shareholders Nicht direkt Ne Okay Wir werden es versuchen 10.000.000 16.000 Sprint 900 Keine Bugs Es läuft eigentlich Verdammt easy going Wie lang dauert das noch? Immer ganz so lang 26 27 Fertig Okay Direkt mal Das hier bauen Und Dann Ja Natürlich auch die Bugs fixen Viel haben wir hier nicht mehr zu tun Ich denke wir haben unsere Software ausgebaut 16.500 Okay Your print is empty Holy shit How could that happen? Then I cannot sprint Moment doch Can sprint Details Yep 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 Start 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 Und Start Einmal alles please 16.6 16.7 16.8 16.9 Im Grunde ist die Firma viel zu groß Ne Mal schauen ob wir das An einen Investor verkaufen können Let's seek investors in Indeed Da ne Yes Joink Gucken wir mal Ob wir die Firma da verkaufen können 17.000 Benutzer Ich denke wir haben es alles ganz gut im Griff gerade Und so wie ich das sehe sind hier sowieso alle Features drin Jo Und wir haben keine Wanted Features mehr Ich denke also wir sind schon ganz gut dabei 17.2 17.3 17.4 Also benutzer mäßig geht das schon gut ab 17.5 17.6 Was zum Da war was Diffuse Security Tag Apropos Diffuse Wir müssten natürlich noch ein paar Bugs fixen Und noch ein bisschen Security mit einbauen So Nur um auch nochmal sicher zu gehen Add to Sprint Yes Yes Jo 17.7 17.8 Das wäre man schon einen guten Umsatz 17.9 Geht hier was Investors Leisha Leslie on the Dian Daly 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 Begin Investment Pitch Ja okay Begin Investment Pitch She strongly believes 5G Network will ultimately be Super Seed Fiber She's wearing a Gucci suit and matching shoes Dann interessiert sie sich ganz sicher dafür Ne Hätte ich jetzt gedacht Oh if you say so Hmm interesting Tell me more Okay There you go Hmm sure Hmm if you say so Sorry what Hmm sure Ah Sell Company Vor 137 Millionen I'll do Sell the company Selling your company will end the game Are you sure you have had it with your venture Yes I guess I do Das war nice das Spiel Ich würde sagen wir verkaufen es tatsächlich Dann haben wir alle drei Milestones erledigt Und im Grunde genommen Das Spiel schon ziemlich gerockt Sell it all Boom Congratulations You successfully made an exit from your company Most startups don't live to see this day Score Features developed 52 Best Feature Rating 4474 Overall Feature Rating 18.524 Security Coverage 99% Test Coverage 19% User Base 17.938 Benutzer 9 Angestellte Final Valuation 137.888.675 Dollar Und ich habe mitgenommen 57.224 709 Dollar What the hell Was für eine Zahl High Scores Bam Face Melt Pigs Awesome Das war nice Restarting Servers So also ich fand das Spiel doch schon sehr geil Ich hoffe auch euch hat es gefallen Und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder Bis da Bis zum nächsten Mal